Norddeutscher Rundfunk 2021 Fertig! 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 Ach pfui, wir wollten diesen Film ja sowieso nicht sehen. Und wieso hat er das Geld nicht angenommen? Ich meine, ich hab es doch so gut gemalt. Vielleicht hilft es ja eines Tages jemand anderem. Hey, warte mal. Hey, sieh da! Es ist nicht lustig, anderen Falschgeld zu geben, klar? Oh, tut mir leid, das ist alles, was wir haben. Wir sind arm. Wow, wie viele seid ihr denn da drin? Hm, gut, ich lass das mal durchgehen, weil ihr Kinder seid. Ihr habt es ja gut gemeint, ich verstehe es ja. Ich bin nämlich auch arm. Wirklich? Ja, deshalb singe ich mir hier die Seele aus dem Leib, aber keiner hört mir zu. Tja, wie wärs, wenn wir zusammenarbeiten? Ja, wir können echt gut tanzen. Oh, echt? Okay, zeigt mir, was ihr kennt. Mh, Mann, du hast es echt drauf. Nicht nur er. Hey, was haltet ihr Bären davon, wenn wir unsere smoothen Moves kombinieren und zusammen etwas Kohle verdienen? Oh, das klingt gut! Oh, no, 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 no. Mein Freund, du gibst mir nur schlechten Rat. Denn du siehst nicht, was ich in mir trag. Mein Herz schlägt elektrisch, wenn ich an sie denk. Jeden Tag, oh, jeden Tag. Meine Crew, sagt, sie steht voll hinter mir. Und dieses Flirt-Ding geht vorbei. Sie spielt doch nur mit dir. Doch ich bekomm das Flirt-Ding nicht aus dem Kopf. Ich bin verliebt. Deshalb geh es cool an. Ich geh es lässig an. Geh es cool an. Gib alles, was ich kann. Geh es cool an. Mit etwaser Gefühlen. Verpack es nicht, dein Liebes Glück. Hey, spiel dich verrückt. Geh nicht mit ihr aus. Bleib besser bei uns. Und häng wieder auf. Wir haben zu tun. Sind ausgebucht. Kalender rastvoll. Sag was dazu. Sie liebt mich so, das ist so schön. Tut mir leid, Bros. Ich muss sie sehen. Geh es cool an. Ich geh es lässig an. Geh es cool an. Gib alles, was ich kann. Geh es cool an. Mit etwaser Gefühlen. Verpack es nicht, dein Liebes Glück. Kommt mit in eine Welt, wo der Spaß niemals aufhört. Jetzt gleich kommt Kicherspaß für Groß und Klein. Eilnachrichten von Cartoon Network. Habt ihr Apfel und Lauch gesehen? Diese zwei Unruhestifter werden gesucht wegen Raserei, Sachbeschädigung und Wildtiereärgern. Helft uns, Apfel und Lauch zu fangen. Heute um 15 Uhr bei Cartoon Network. Wenn ihr glaubt, in der Serie Wee Baby Bears Bärchen wie wir geht es nur darum, süß zu sein. Liegt ihr voll daneben. Die Bärchen sind super stark. Selbst ihre Muskeln haben Muskeln. Ihr Hunger ist mega episch. Neue Folgen von Wee Baby Bears Bärchen wie wir. Heute um 16 Uhr bei Cartoon Network. Seid bereit für eine richtige Lachattacke. Hier kommt Kicherspaß für Groß und Klein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017